hey ho minecraft freunde ich bin es wieder euer peterle was geht ab ja wir sind heute wieder am bergwerk labs und falls ihr gerade das schöne bild hier eingeblendet seht das hat die liebe nojiko 4 gemalt und da habe ich einfach mal gedacht weil ich habe immer viel unterwegs und guck mal die zeichnung an ich finde das mega toll was ihr zeichnet ich gedacht jetzt bin ich bei jeder aufnahme genau jeder aufnahme blende ich ein bild ein was ihr gemalt habt die zuschauer und ja ich hoffe dass da ein bisschen mehr kommen wird weil ich mag das einfach wenn ihr da was zeichnet ja einfach auf die wir ein ratpunkt kommen einfach irgendwas hochladen ja wir sind heute auf dem bergwerk labs unterwegs waren wir ja schon öfters aber jetzt würde ich gerne was spielen was ich die ganze zeit faszinierend fand muss ich ganz ehrlich sagen der ganze modus heißt flash deshalb ist es ein thumbnail auch sowie flash also der blitz ja passend dazu habe ich heute mal mir auch eine rote kappe angezogen oh gott ihr seht das schon das ist da manchmal kann man dann gar nicht reagieren weil es halt so schnell ist es ist extrem krass also ist normal und so ist sprinten alter guck ich hab oh gott what the fuck man muss so schnell reagieren das ist ziemlich krass meistens hat man diesen aufnahme fluch wie gerade denn dass man gar nichts mehr geschissen bekommt es ist doch nicht das ist doch nicht dein ernst peter mensch 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 hey das das spiel das bringt einen zum ausrasten ohne spaß wenn man hier läuft mensch die oliver ist klar was ist das für ein verdammter spielmodus jetzt kommt jetzt kommt wir schaffen das jo alter der jo jo alter ist das schnell alter schwede müssen wir jetzt ja von vorne anfangen. Ja, oder? Ist doch echt unglaublich. Kippt hier kein Dings. Mann, Alter, da hat schon einer im fünften Checkpoint. Ich hab nicht mehr einen erreicht. Ja, Leute, wie ihr seht, haben wir jetzt auch mal die Map geändert, weil ich fand die andere ziemlich schwer. Oh Gott, Alter, ich glaub, die ist ja noch schwerer. Junge, was ist das? Was sind das für Maps, Alter? Boah. Wie willst du denn da bremsen? Stell dir mal vor, das ist ein Auto, du fährst so schnell und da steht eine Mauer. Yo. Mensch, ich bin so am Verzweifeln, das ist doch nicht mehr normal. Da läufst du hin und zurück und das ist trotzdem genauso schnell. Es gab mal ein Auto, das wird von der Firma DAF. Die machen eigentlich nur LKWs, das Auto hatte eine Variomatik drin, das konnte rückwärts genauso schnell fahren wie vorwärts. Ziemlich krasse Entwicklung. Früher. Boah. Schon wieder so hin und zurück, Alter. Mein Gott. Oh Mann, das gibt es nicht, man. Die Raste geht vollkommen aus. Irgendwo muss doch mal ein Checkpoint sein. Alter, boah, das ist so schwer, weil man so schnell ist. Hier habe ich nicht mehr in der Kontrolle. Ja, genau. Ja, genau. Irgendwo muss doch mal ein Checkpoint sein. So Leute, ich musste nochmal den Server wechseln. In der Zwischenzeit ist dann folgendes passiert. Oh, oh. Das seht ihr, wenn man... Oh, wieder im Flow. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich im... Oh, Flow, aber... Ach Mensch, ey. Ey, das Spiel, das macht mich so aggressiv. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie aggressiv mich so ein Spiel machen kann. Ey, ohne Spaß. Ich mag das... Ich mag die Spielmodi. Das ist super lustig, ja. Aber wenn ich das nicht hinbekomme, dann bin ich mega aggressiv. Mega aggressiv. Und, ähm... Das soll ja eine Modi-Vorstellung sein, aber... Ich set... Ich hau mich so da rein. Das ist unglaublich. Ich setze mich so da rein in dieses Spiel. Mein Gott, da komm ich nicht mehr hoch, oder was? Ich würde am liebsten dieses Ding vom Mikro abreißen. So aggressiv bin ich, Mann. Das macht mich richtig wild. Ich kann sowas nicht spielen. Ich kann sowas einfach nicht spielen, Mann. Ficken, Alter. Oh! Holy shit! Ja, geschafft. Yes, so. Komm noch den Sprung. Komm, bitte, Peter. Ja, Mann. Ich hab zuerst mal Checkpoint erreicht. Ja! Mann, da ist das Ding. Komm jetzt, weiter. Oh, Mann. Dieses Spiel, Alter. Ich mag es ja. Aber das ist so schwer. Oh, Peter. Ohne Scheiß. Das ist so unglaublich schwer. Alter Schwede. Wo muss ich jetzt rüber? Da hinten? Ja, okay. Ja! Oh! Geschafft! Und jetzt? Und jetzt? Da hin, oder was? Wow, Crabby Crab. Crabby Crab. Das ist... Ich kann das ja nur ganz leicht berühren, immer. Und dann muss ich von hier da rüber springen, oder was? Ja, geschafft. Wow, holy moly. Bitte. Alter, zweiter Checkpoint. Ja! Jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt macht das Spiel auch wieder Spaß. Juhu! Okay. Nice. Boah! Jetzt rasieren wir aber. Jetzt rasieren wir. Oh, nein! Wir rasieren auch nicht. Oh, Mann. Dieses Spiel. Das macht so viel Spaß. Aber... Es macht mich aber auch so aggressiv gleichzeitig. Das ist... So ein Spiel habe ich schon lange nicht mehr gespielt, was mich glücklich und aggressiv gleichzeitig macht. Habt ihr solche Spiele? Dann lasst mich mal unten wissen in den Kommentaren, Alter. Mensch. Das gibt es doch nicht. Oh. Sowas mal zusammen aufnehmen, Alter. Mit Smurf oder so. Ich glaube, das wird lustig. Oder nur... Ah, scheiße! Ah! Bin gestorben! Fick dich doch! Mist. Das ist schwer. Dieser Sprung ist schwer. Okay. Hm. So. Ja! Oh, nein! Das ist das ganze Problem, wenn man so ganz schnelle Bewegungen macht, ey. Dann fliegt man immer wieder runter. Crap. Oh, das ist das Problem! Jetzt. Komm. Komm, komm, komm. Oh, Mann. Geschafft. Und jetzt? Oh, geschafft! Man muss so ganz leicht immer W drücken. So ganz leicht. Wuhu, das war knapp gerade. Jetzt. Wo muss ich lang? Alter. Dieses Spiel. Das macht mich so verrückt. Ja! Letzte. Komm. Komm. Nein! So, wir sind beim letzten. Jetzt müssen wir es schaffen. Komm. Komm. Ja, 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 ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Das ist ja... Boah, Alter. Das ist ja richtig schwer, Mann. Okay. Okay. Oh, nicht, bitte nicht. Oh, nein! Oh, mit diesen Blöcken. Das ist ja mega schwer. Wie soll ich das nur packen? Kannst ja gleich aufgeben, wenn du da unten landest. Wie willst du denn so schnell da hochkommen? Ah. Gott, oh Gott. Das, das glaube ich, habe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Jetzt hat es auch niemand geschafft. Die hängen alle hier, wo ich hänge. Die Dudes. Die kleinen Dudorinos. Er ist schon weitergekommen. Flach, 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 Flach. Ich bin noch zu langsam. Der Flach ist noch zu langsam. Oh. Oh. Alter, da ist er. Oh, jetzt. Oh, Alter. Ja, wenn wir das jetzt schaffen. Ja! Nein! Zicken, Alter. Ich raste aus. Es war doch, es war einfach so knapp. Alter. Nee, ich probiere es jetzt noch einmal und dann muss ich sagen, nee, nee, nee. Weil, das kostet mich den letzten Nerv. Und ich bin kurz vor einem Magengeschwür. Oh, nee, das muss ich noch einmal machen kurz. Das Spiel macht doch noch so süchtig dabei. Das ist doch scheiße. Damn! Nee. So, komm, Leute. Das war's von Minecraft Flach. Sobald der Bergwerk-Labs-Server auf ist, kann ich euch diesen Mod nur empfehlen. Ah, Slimbo hat das Spiel auch gewonnen. Perfekte Zeit, um das Spiel zu beenden. Ja, ich hab's soweit geschafft bis zum letzten Checkpoint. Und, äh, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr schon mal im Bergwerk-Server wart, ob ihr es auch schon mal soweit geschafft habt. Wird mich super interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Und wie gesagt, lasst euch nicht, lasst euch so leicht nicht erschrecken, aufregen, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschau. Tschau.